Bei strömendem Regen sitze ich hier in Köln in der Bundesgeschäftsstelle. Ich bedanke mich vorweg bei Knut Fleckenstein für die freundliche Nominierung und das damit ausgesprochene Vertrauen in meine Person. Davon abgesehen finde ich das eine schöne, innovative, zugegebenermaßen sehr kalte Idee, auf eine schwere Krankheit hinzuweisen. Unabhängig von den Eiskübeln, die gleich kommen, werde ich auf jeden Fall auch zur Erforschung der Krankheit und für Handlungs- und Behandlungsmöglichkeiten auch spenden. Und ansonsten nominiere ich hiermit mit Freuden Achim Albrecht, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Krone und Herrn Lars Einer Sterlei, Landesgeschäftsführer des ASB in Baden-Württemberg. Dann bleibt mir nur zu sagen, Wasser Marsch. Nein, 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 nein! So, ich muss nur Funken für abgeben. So, ich muss nur Funken für abgeben. So, ich muss nur Funken für abgeben.